der karlsruhe sc gründe vor 30.000 zuschauern im wildparkstadion seinen tollen endspot in der rückrunde auch gegen den fc bayern mees und rolf es blieb zur pause beim 0 zu 0 der ksc auch in den zweiten 45 minuten druckvoller klar besser als die schwachen bayern wieder ein gekonnt der spielzug des ksc scholl sieht schmachow das 1 zu 0 nach 57 minuten für den ksc hoch verdient ecke scholl wieder schmachow und reicht das 2 zu 0 für den ksc nach 69 minuten mini schäfer natürlich zufrieden mit seiner mannschaft wieder schmachow der einen tollen tag erwichte und krieg völlig frei das 3 zu 0 für den ksc nach 75 minuten ein 3 zu 0 gegen den bayern imponieren den neuen klub des mermet scholl meine persönliche entscheidung habe ich getroffen und ich bin der meinung dass ich nächstes jahr beim fc bayern münchen in einer sehr guten mannschaft spiel